An jenem Tag sah ich etwas. Etwas, das ich nie vergessen werde. Es war über drei Meter groß und hatte messerscharfe Krallen. Sein Gesicht vernarrt. Ein Auge tot. Ich zog mein Schwert und... Schnapp! Vater hatte auf einmal kein Bein mehr. Boah, die Stelle erzähle ich immer am liebsten. Unsere Gesetze verlangen, dass sich der Erstgeborene eines jeden großen Anführers bewähren muss. Merida, hör auf! Eine Dame vertreibt sich die Zeit auf eleganter Weise. Darf ich euch vorstellen? Mein einziger Sohn. Er hat ganz allein eine riesige Flotte ausgelöscht. Er war... Mit einem Arm hat er das Schiff gestohlen. Oje. Ich will meine Freiheit. Aber willst du auch diesen Preis für deine Freiheit bezahlen? Werde deine Wünsche mit Bedacht, würde meine Mutter sagen. Was kann schlimmstenfalls passieren? Keine Schimpfe mehr! Wie der ist mit ein wenig Anstand? Seht euch ruhig, sagt! Wenn du die Chance hättest, dein Schicksal zu ändern, würdest du es tun? betray ein wenig Anstand. Möge Möge wir sind die Chance hättest. wir sind die Chance. 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 Vielen Dank.